Was wäre möglich, würde man Leuchten aus der Sicht des Lichtplaners von innen nach außen denken. Ein Lichtplaner betrachtet in seiner Arbeit zunächst nur die Lichtverteilung, mit der er ein ganz bestimmtes Ziel erreichen möchte. Je genauer sich diese auf eine Lösung zuschneidern lässt, umso besser. Der zweite Bestandteil in der Lichtplanung ist die Auswahl der Lichtfarbe. Hat man nun seine ganz eigene Lichtqualität zusammengestellt, muss man diese nur noch in ein Gehäuse packen. Wie wäre es, wenn sich sogar die Formensprache des Gehäuses an ein Projekt anpassen ließe? Denken wir dieses Konzept einmal auf elektronischer Seite weiter. Die Möglichkeit, verschiedene Lichtverteilungen in einer Leuchte einzeln zu steuern, wäre die Geburt maßgeschneiderter multifunktionaler Lichtwerkzeuge. So könnte zum Beispiel eine Deckeneinbauleuchte das Ambiente eines Restaurants tageszeitenabhängig begleiten. Mit Elements wird dies möglich. Licht passt sich dem Projekt an und nicht umgekehrt.